Ja, hi! Die erste Woche vom Training, sehr anstrengend, sehr viel geschwitzt. Die zweite Woche ging dann schon ein bisschen besser und in der dritten Woche lief es jetzt langsam für ein richtig rund. Kapio ist langsam wieder drin. Ich mache regelmäßig am Sonntag mit meiner Frau noch ein paar Workouts, Trainingspläne oder sonstiges. Wenn ihr irgendwelche Sachen oder Informationen haben möchtet, der kann ich gerne anschreiben. Ich erkläre gerne jedem, was ich mache und wie ich es mache. Ich bin ziemlich fett gewesen. Hier ist gleich ein Foto. Und ich möchte gerne richtig sportlich und Maschine werden. Und ja, ihr könnt daran teilhaben. Ich hoffe, ihr nehmt daran teil und bewegt euch ein bisschen mehr und habt mir ein paar kreative Tipps. Vielleicht kann ich euch helfen oder ihr mir ein bisschen weiterhelfen. Und bis dahin, die ersten drei Wochen erst mal überstanden. Das Training geht weiter. Jetzt gehen wir in die Powerphase. Die ersten drei Wochen waren eigentlich eher so dieses ruhige Intervalltraining. Einfach mal zum Trainer gehen und sagen, du willst abnehmen oder Muskelaufbau. Je nachdem, was du machen möchtest. Dann habe ich das drei Wochen lang jetzt erstmal durchgezogen, meinen eigenen Trainingsplan entwickelt. Normales, leichtes Training mit normalen Gewichten und vielleicht ein bisschen steigern zwischendurch. Und jetzt kommen die nächsten drei Wochen und da halte ich euch natürlich wieder auf den Laufen. Bis bald! Bis bald!